Mein Tinder funktioniert nicht, mein Tinder ist kaputt, wurscht wie oft ich wische, niemand wischt mir zurück. Du verwendest seit zehn Jahren überall dieselben zwei Fotos. Das ist der Arnie, wie ein Mr. Universe geworden ist. Naja, aber so viel Unterschied ist da jetzt auch nicht. Die letzten Männer, die die Wohnung gesehen hat, waren die heiligen drei Könige, gell? Ich will ein Märchenkrieg, ein Märchenkrieg, die Mama, Mama will ein Märchenkrieg, gleich wie in der Fried, ein Spontaner, das ist immer ganz schwer. Hier mache ich eins zu eins gleich wie den Hals. Na, ihr lacht's? Die Barbie hat so ihn kennengeregt und das hat er ganzes Leben lang gehalten. Vorher ist der Fest Dominik, heißt er. Minky, 1,92 ist er groß, weißt du, 1,92, da gibt der Mama bis daher, bis daher. Die würde mich beschreiben als sinnlich. Wie gewährt auf gute Ernährung. Top-Ausbildung, Sommer-Kum-Laude. Ich stricke gleich einen Schal für Stiefpapi Dominik. Brenn mit Haar und Ohr, dann mit Näh. Wollt ihr mich? Dann schreibe ich was, da kann's gar nicht widerstehen, da muss ich zurückschreiben. Irgendwas, was ihre Welt zum Beben bringt. Ich hab's. Hey! Ah, sie spielt Hard to Get. Aber ich bin 00 Simmering, ich durchschaue den Plan. Du, wenn's der Mann verstehen willst, musst denken wie ein Mann. Hä? Ja, jetzt hast du's. Was stehst denn du so? Kekse. Was hast denn du grad an? Ich lieg grad in meinem Bett, in roten Dessous. Also, hast du auch grad wascht, weil du nix zum Anziehen hast? Hey, was ist dein Lieblingsessen? Bommes mit Vanille-Eis. Was? Oh! Ich hab einen liebentroffen, der das auch mag. Voll! Und du bist der beste Beweis, dass das überhaupt nicht anschlagt. Treffen wir uns doch heut um neun, beim Südtiroler Platz, auf eine Wurst deiner Wahl. Du hast die Kraft an der Löwin, war ich ja wie wie von dir a Kind. Dominik, kannst du nicht raufkommen, raufhandschneu, Juchel. Dominik, weil du bist für mich die Überfrau. Komm, lass mich pflücken. Du, Opa, geiles Haarabsch. Komm, lass dich pflücken. Du, Rose, aus Stattlau hab ich gemeint. Ich will nur, dass wir gehen. Ne zwei Monate in Sankt Vulva sind vorbei. Aha. Jetzt wo ich so verliebt bin, ist alles vorbei noch heut. Jetzt muss ich den blockieren. Oder meinen Tod verdäuschen wie letztes Mal. Wisst ihr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man einen Mann in so einer optischen Qualität live sieht? Soll ich mich noch umziehen? Was ist denn jetzt, Ingrid? Rufen wir es halt an. Du hast mich tausend Mal verlohnt. Du hast mich tausend Mal verlohnt. Du hast mich tausend Mal verlohnt. Du bist der Dominik? In voller Mahnespracht. Du bist der maximalen Dominik für Arme. 1,92. In welcher Einheit? Freund! Der Hals und der Dailie sind jetzt auch nicht gerade Zwillingsschwestern wie am Foto. Dann hat er geglaubt, der Akkusativ ist ein Ladegerät. Ruf mich nicht an, weil du weißt doch genau, dass ich... Sie ist Marvin! Gerade am Radl. Jetzt hast du, was du wolltest. Wir sind gescheidene Leute. Dann bring ich dich um! Und dann geht's... Da-dü-da-da! 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 Was macht der Dominik am Boot so leblos? Da-da! Wenn du wüsst, umbring einen Hupf in den Gatsch! Und gib eine Ruhe! Dann schliess ich dir die Augen zu! Dann kriegst du Psyche! Ich höre sie! Sie kommen! Am Tindermann im Morgen Komm's, dass du schön ist, dass du schön ist Ich hab nur von allen Menschen mit dem Penis Ich hab's Juck von dir! Ah ja! Vizia-versa, vizia-versa, du bist einfach perversa! Und wann ich dann erlauben Rufe ich so gern an Ich bin nicht Kanzler Keiner mag mich Anna-Rima ist Bumba Ich ruf an, glaub ich Manchmal denk ich nur an dich Hallo, wer spricht dich? Ich hab ihre Nummer nämlich nicht eingespeichert Jeder weiß, was die Lüge oder Flüge Doch schon essen, kennen wir immer Wörterpläne mit Chor Amal oben, amal unten Und marsch freier mit Guren So kommt man dann schon bei der Und sie brennt fast vor! Danke! Für's komme! Ich war scheuer nicht! Richtig, ja! Auf dich! Ah! Du auch Herzens Wierer Bergwerk Und weil du auch Wahnsinn bist Für mich Stell mich auf dich! Dankeschön! Dankeschön!